Sie sind die Werbeflächen deiner Videos, Video-Thumbnails. Warum du aber nicht die drei vorgeschlagenen Thumbnails von YouTube nutzen solltest, sondern besser eigene hochlädst und was du bei der Erstellung dieser beachten solltest, das erfährst du in diesem Video, denn es wird dir helfen, deinen Kanal schneller und besser wachsen zu lassen. Generell musst du zum Thumbnail wissen, dass diese einzig und allein die Aufgabe haben, Nutzer davon zu überzeugen, auf dein Video zu klicken. Das funktioniert gut, wenn sie besonders auffallen. Stell dir doch einmal vor, wo überall Thumbnails auf YouTube zu sehen sind. Meistens in einer Liste, zum Beispiel wenn man etwas gesucht hat oder aber rechts neben einem Video als Vorschlag. Schau dir doch einmal die Thumbnails anderer Leute in deinem Themenbereich an und überlege, wie du mit deinen Bildern besser aus der Masse herausstechen kannst. Wichtig sind generell hohe Kontraste und grelle Farben, aber natürlich nur, wenn das auch zu deinem Kanal Inhalt und deinem Branding passt. Erzeuge Neugierde oder wecke Emotionen. Hilfreich, um sich auf die Thumbnail-Erstellung vorzubereiten, schieße direkt beim Videodreh ein paar Bilder. So musst du später nicht mehr umständlich halbwegs gute Bilder aus deinem Videomaterial nutzen. Kennst du schon den goldenen Schnitt? Mit dieser 1 Drittel-2 Drittel-Regel kannst du deine Thumbnails dynamischer und interessanter aussehen lassen. Platziere zum Beispiel Personen oder Objekte nie mittig im Bild, sondern verschiebe sie nach dem goldenen Schnitt etwa 1 Drittel der Gesamtbildbreite vom Rand entfernt, entweder rechts oder links. Ein Thumbnail sollte auch in verschiedenen Größen gut zu erkennen sein. Zum Beispiel sind Thumbnails auf dem Handy weitaus kleiner dargestellt, als sie es beispielsweise auf Desktop-PCs sind und auch das hängt noch von individuellen Einstellungen ab. Prüfe deshalb schon bei der Erstellung deiner Vorschaubilder, ob sie auch, wenn sie kleiner sind, noch immer gut erkennbar sind. Aber was macht ein Thumbnail eigentlich auffällig? Nun zunächst einmal sollte es den Zuschauer neugierig machen. Das geht zum Beispiel, indem du nur einen kleinen Ausschnitt zeigst. Dieses Bild sieht verwirrend aus, oder? Willst du nicht auch herausfinden, wie es im Ganzen aussieht? Dafür müsstest du aber auf das Video klicken. Und genau das ist es, was wir wollen. Es kann also durchaus Sinn machen, Bildausschnitte zu verwenden, die neugierig machen. Trotzdem solltest du dein Thumbnail in keinem Fall zu verspielt oder zu detailliert machen, da dies in kleinen Darstellungen kaum noch zu erkennen sind. Große Flächen und vor allem Personen bzw. Gesichter eignen sich gut. Nimm also zum Beispiel keine Menschengruppen ins Vorschaubild, sondern stelle eine einzelne Person in den Vordergrund. In vielen Thumbnails wird außerdem auf Text zurückgegriffen. Auch hier achte darauf, dass der Text deinem Videotitel nicht wiederholt und vor allem, dass er gut lesbar ist. Verspielte oder dünne Schriftarten sind nicht zu empfehlen. Oft macht es auch Sinn, alle Buchstaben groß zu schreiben. Ich hinterlege den Text auch gern mit einer zusätzlichen schwarzen Farbfläche oder mit einem Schlagschatten, sodass er sich noch mehr vom Hintergrund abhebt, um aufzufallen. Reduziere Text in deinem Thumbnail jedoch auf ein Minimum, besonders wenn du Unterhaltungsinhalte produzierst. Eben schon kurz angesprochen, dein Thumbnail sollte immer mit dem Videotitel harmonieren, also zusammenwirken. Trotzdem muss auch dein Thumbnail für sich alleine stehen können. Überprüfe, ob dein Thumbnail bereits eine Aussage hat, indem du ihn keinem Titel gibst oder einen Freund fragst, was er oder welchen Titel er vermuten würde, wenn du ihm nur das Bild zeigst. Für manche Videos kann es sinnvoll sein, mit deinem Thumbnail Emotionen zu wecken. Oft fühlen sich davon Nutzer angesprochen und klicken eher. Übrigens, wie auch bei Titeln, kannst du über den Bericht zur Zuschauerbindung ganz einfach überprüfen, ob deine Thumbnails funktionieren und ansprechend sind. Springen die Leute kurz nach dem Start des Videos fast alle wieder ab, dann scheint das Video nicht den Erwartungen deiner Zuschauer zu entsprechen und vielleicht auch das Thumbnail nicht das Beste zu sein. Überprüfe doch jetzt einfach mal deine Video-Thumbnails, indem du schaust, ob sie sich erstens gut von anderen abheben, zweitens auffällig sind, drittens das Interesse wecken und viertens auch in kleiner Darstellung noch gut zu erkennen sind. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen. Wenn ja, kann ich dir nur empfehlen, dir meinen gesamten und völlig kostenlosen Videokurs mit 10 Tipps, die dich zum erfolgreichen YouTuber machen, auf tutorialcenter.tv anzusehen. Dort erkläre ich weitere spannende Themen rund um YouTube-Strategien. Also, trag dich jetzt kostenlos in den Kurs ein auf tutorialcenter.tv.